Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Stellaris Multiplayer zusammen mit dem Stefan Genau Und wir hatten ja das letzte Mal das Problem mit den fetten Preturon Scorch Preturin Scorch Die uns nämlich das Problem bereiten Ok, machen wir weiter Ich muss mich erstmal wieder zurecht finden, weil das war jetzt vor einer Woche als wir das aufgenommen haben So, jetzt geht's wieder Sollen wir die einfach kurz plätten des Garagoroti Oh ne, die sind ja irgendwie in so einem Warte kurz, ähm Stop Das war erstmal die ganzen, die ganzen Leute hier Was meinst du, das? Das Mini-Ding da oben, recht weit oben Ja, die haben ja ein Bündnis, also Die sind so erbärmlich Ja So, jetzt vermuts wir jetzt erstmal hier alles verwalten Wir löschen wieder mal den Tod, Anführer, Admiral Äh, Admiral muss ich jetzt erstmal ersetzen, oder? Wahrscheinlich vor meinem vierten Nautilus Quadron Ach, da hab ich ja sogar noch einen Äh, ablehnen Was ist doch perfekt Sieg, was haben wir überhaupt gewonnen? Oh, ich kann ein neues Upgrade Wie ist das los? KI-Raketen Uh, nice Le Ich pimp jetzt erstmal den, den, den kommt Verbetter, verbessert das Jägergeschwader, man Fett Da mach ich so ein paar Flugzeugträger, man Äh, alte, wie viel kann ich da verbessern? Heftig So ziemlich jedes Gebäude So Da nehm ich nen Haar-Rumpf Das den da hier Hier kann ich keinen Haar-Rumpf nehmen Und hier auch nicht Was gibt's hier dann noch? Das ist alles mittlerer, mittlerer Small Das passt alles Äh, Sturmfeuerkanone, was bringt mir das? KI-Raketen, man, fett Jo, dann mach ich hier Äh Mach ich hier mal die Junge, Alter, wie viel baue ich gerade? Das ist abartig So, erstmal hier die ganzen Maps angucken Die ganzen Welten Ah, hier kann ich einiges upgrade, Kraftwerke Alter, ich kann so viel Forschung Ich pumpe jetzt Forschung, man Ich hab schon diese viel Forschung Ich hab 140, 138 und 162 Ich hab nur 110, Alter Viel zu wenig Bei mir geht's richtig ab mit Forschung Oh, das ist ein schöner Planet Schön großer Planet Hm, ich brauch ne Grenzklinik Wie ist mit der psionischen Armee aus? Ne, Sektor Limit plus eins, ganz gut Junge Research complete Research complete Schaden Energiewaffen Nice Oh, 5% mehr Energiecredits Nice Äh, ich bau mal wieder ein paar Schiffe Junge, Alter Alter Alter, ich kann das nochmal verbessern Okay Pimp dat income, würd ich sagen Wissenschaftler Gama Ist das einer von Boah, der ist jetzt Stufe 5 Fett Ja, doch, ich hab Freilichdenken gefördert Schade Ich hatte doch noch übel viel zum bevölkern eigentlich Oh, bin ich auf den Ups Bin ich auf den Desktop auswählen zurückgegangen Äh, so war das Alter 12, ja da kann ich Planeten ist noch nicht der Kulturfarm oder 2 abreißend Äh, Forschungsschiff Kein Wissenschaftler Forschungslabor Ja klar, komm Hä? Wo ist denn die? Da hinten Gigi, der Weg ist abgeschnitten Wir müssen uns mit dem Tracon Star Imperium Piefen Sonst sind wir am Arsch Hä? Watt kürzlich zu grad alles mit Forschungslaborn vollkleistern Ich muss das jetzt pimpen, Alter Ich bin erst bei 110 so ungefähr Bei jedem 170 oder so Das kann nicht sein Machst du dir nicht zu? Ja, ist okay, ist okay Das Thema Kulten Du, fettes Kind Da ist noch ne Welt Lol Äh, hier Einfach hier, so Hier Rekrutieren Äh, Kolonieschiff Äh, bitte die hier Weil die sind auch noch Zufriedenheit plus 5% Schall, dass man nicht mehrere Grenzkliniken bauen kann Schlurk, schlurk Anomalyse 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 Denk mir so YOLO Lass mal machen Lass mal Step by Step Lass mal alles ersetzen Lol, hier fehlt ja vor viel Äh, Energie hab ich noch Kann ich mir einmal fette Hyperschilde reinballern Wo denn? Mein Problem ist nicht mit Sektor verbunden Lol, die haben das echt zu stückelt Ja, ich sag ja, deswegen Müssen wir die jetzt schnell plätten Einfaches Forschungslabor Gleich hab ich Ah, das dauert noch ein bisschen, bis ich Feldforschung noch besser hab Äh, Feldertrag Hier mach ich System survey System survey System survey Lol Bronzezeit primitiv Ja, ich weiß, dass ich zu viele Planeten hab Vektor Junge, der ist gar nicht so schlecht der Planet Ich hab hier doch noch eine Kolonieschiff Also, dann kolonisieren Dahin Also direkt noch ein Kolonieschiff bauen Ich balle als Kolonien rein ohne Ende Ich brauch mehr Income Construction complete Construction complete Research complete Physik Ich brauch mehr Physik Sektor firstes Physik 139 139 Oh, ich hab 139 Ich push jetzt gar nicht richtig Gen-Soldat Äh, Armee Ich hab alle Ressourcenschweiger sind voll Alle Ausnahmslos Alle Mir nicht Ich kann ja alles nur was geben Wenn du willst Ich glaub hier wird richtig viel Forschung gerade, oder? Ja Stück für Stück, Alter Hä, wo bist du? Hä, wo bist du? Ich seh, ich find dich einfach nicht in den ganzen Leuten Myran hier Brauchst du Energiecredits, oder? Was hast du? Was brauchst du? Nix Was? Immer noch überwältigend, Alter Ha, mir ist nur noch überlegen, Alter Wem? Ich bin jetzt erstmal noch fortgeschritten What? Colony ist da noch was machen Das hab ich wahrscheinlich zu viele Ich hab 261 Äh, ich hab 100 plus 161 Ingenieurforschung What? Ich hab bloß 266 Äh, ja, ich hab zu viele Planeten Ich weiß Äh, Sektor verwalten Ja, welche ist denn das? Ist das der Urgi-Pasch-Sektor, oder? Research complete Ja, das ist Urgi-Pasch-Sektor Sektor verwalten Dann kriegst du den dann noch dazu Und den dann noch dazu So Da Abschließen Drogensüchtig Toll Du fettes Kind Xenozolon halt Mir wurscht Kolonieschiff Da Oh, jetzt werden Schlachtschiffe gepumpt Kosten haben wir zu wenig Warte mal, Schlachtschiff Ach, verarschen Oh So, jetzt wird, ja, Schlachtschiffe bin ich jetzt auch dabei Ja, ich hab nur kleine Röntgen-Laser Nur Röntgen-Laser-Dinger Hä, nur? Gar nicht Ich hab Gamma-Laser Per So, jetzt mach ich hier mal ein paar Flugzeugträger-Klasse Klasse Flugzeugträger Verschiffsdesigner So Bessertes Bombergeschwader, komm komm mal rauf Ja auch Ja auch ein Ich hab ein Fortschrittliches Ne, ich hab ein fortschrittliches Bombergeschwader Ja Aber das mach ich Das benutze ich grad nicht Ich benutze Amöbengeiseln Geiseln Fortschrittliches Schildkonnen Ja Egal mach ich halt das Ah, ich ist richtig Ne, man reicht dir richtig in deinem Übermann Wir müssen, wir müssen dieses Zrarkon Star Imperium platt machen Das hat oberste Priorität Ups Echt? Guck mal, deine zwei Planeten, die da sind, sind voll abgek... abgek... Ich mein, das ist auch Technologie... Technologie... Du leckst übel Echt? Mhm Ist nicht mehr normal Oder ich läge, das kann auch sein, aber... Ist weniger oft der Fall Ja, es läge ein bisschen Na, da kann ich rausgehen Ich schau mal, ob ich rausgehen kann Dann kann ich schauen, ob irgendwas... Netzwerk noch frisst Oh ja, fünf Prozent mehr Äh, eben mehr Ne Quanten Destabilisator Alter Voll geil Voll Voll Ich hab das System nicht gebaut, Alter Junge, ich kann ja noch so viel abbauen Na, ich hab zu viele Dinge Ja, auch, Alter Ah ja, stimmt, das hab ich ja alles Was? Research complete Construction complete Construction complete Oh, Laura Gipasch ist gestorben Nope Nope Alter, ein Schiff, 1,5k, Alter Ein Schlachtschiff Joa, bei mir ist es 1,7k und 1,1,4 Schlecht sind das meine... Welche sind das hier? Das ist mein... Ah, toll, welches Schlachtschiff Das ist der Flug... Oh Leute, meine Flugzeugträger sind stärker als meine normale Als meine normalen Egal Was, gibt's das auch? Ja, ich hab mir... Ja, ich hab mir... Du kannst ja die Bombe geschwadern Und den hab ich halt so genannt Achso Flugzeugträger Und mal geschwadern ist auch cool Ich hätte jetzt trotzdem Lust irgendwie im Krieg zu erklären Ja, dem links von mir, oder? Aber ich... Warte mal... Nee, sicherlich nicht Ich bin maxed Junge, Junge, Junge Warte mal kurz Ich will mal kurz... Vor allem ist... Es upgradet sich einfach alles noch weiter Ich will mal kurz gucken Junge, die Forschung All die Forschung exkludiert gerade bei mir Ich... Ich guck jetzt mal mit meinem Schiff Guck ich jetzt einfach mal äh... Darüber zu dem in sie... Zu den Einwanderern sozusagen Also Sozialforschung Construction complete Construction complete Sind wir mit dem Typen eigentlich dauerhaft im Krieg? Das ist so heftig Ich hab zwei... Plus 227 per month Alter An Mineralien An Minz? Ich hab dann... Leute, ich hab voll wenig Minz Weil ich überwieviel auf finanziell... So viel... Geachte da... Was kürzlich... Ich hol gerade äh... Flotte... Second Navy Cluster... Zwei Schiffe... 3k... So... Jetzt schick jetzt alle mal darüber... So... Merkst mich eher schnell aus... Also dass ich auf... Hungertod... Ach du Hure... Du habt ihr seid ja ausgewandert... Da muss ich euch leider irgendwie versetzen... Äh... Hier... Darüber... Tu mir leid... Aber es muss sein... Sonst sterbt ihr Hungertod... Ach... Ich hab ein paar Sachen... Sonst bin ich bei... Energie Waffen... Plus 5% nochmal... Ja... Der ist nur noch überlegen... Mehr von der Flotten Stärke... Aber uns beiden ist ja unterlegen... Wahrscheinlich... Äh... Wie... Wie... Was hast du denn... Flotte? Weil der ist... Drack und Ding... Es soll uns ein bisschen überlegen... Ja... Auf den müssen wir aufpassen... Und vor allem der... Der baut uns... Der clustert hier uns zu... Blub... Was hast du du für ne Flotte? Stefan... Was hast du für ne Flotte? Ja... Ich... Ich bau grad... Warte kurz... Ja... Was hast du für ne Flotte im Moment meine ich? Im Moment? Also ich hab eine 20k Flotte... Und eine 4,5k Flotte... Die sich gerade aufbaut... Also es sind Schlachtschiffe... Ich bin 39k Flotte... Und ich bin dem immer noch unterlegen... Ich nicht... Ich habeelas... Die Leute sind doch happy, oder? Also... Du hast doch... Haben wir doch Krieg geführt... Und... Goz am zb... anfahr oder so ja die leute sind in dem system eigentlich happy wieder als wir haben gerade ich bin so max alter in allem gerade gerade schiffe weil ich nichts anderes zu tun habe dauert halt immer richtig lang schlachtschiff zu bauen dort irgendwie ein jahr oder so ein schlachtschiff fertig zu stellen warum einen echten schlachtschiff das kann auch eine weile dauern woher sind wo sterben sie denn jetzt schon wieder ihr wandert halt nicht aus ihr vollpfosten weißt die leute wandern aus den ganzen hydro kultur farmen aus und wundern sich dann dass sie sterben alter junge ich habe so viele fraktionen alter mir egal aber die streiken nicht alter machen gerade gar nichts kam in einem panoram alter vorgestellte nicht warum hier rum jammern weil in alle auf alle integrieren sie mann was wollt ihr von mir betreibt digger das ist echt zu heftig man also ich würde ich würde ja nichts sagen aber ich verliere gerade einen bewohner nach dem anderen weil die dauernd sterben also weil die weggehen einfach von den ich muss es gerade erst wie ist es auf einem heimatplaneten ist noch alles in ordnung aber auf allen anderen migrieren sie gerade ohne ende und ich weiß einfach nicht warum ich verstehe es nicht soll breitet sich der schwarm eigentlich auch nicht wirklich mal oder war er auch unterlegen also ich weiß auch die sind jetzt nicht so stark da hinten ist er sowieso alles pflückt und so eben hat fangt man ein paar empire sie ist eigentlich mit meinem links und uns überlegen die straken star imperium das ist das hier recht recht großer pole hast du schon reingehen gegen die bogeen du leckst dauerhaft weißt du ich verstehe es einfach nicht interessiert mich nicht ich habe keine probleme ich habe alles gut organisiert ich verstehe aber nicht warum die jetzt alle auswandern ist klar die wandern einfach alle aus ja die haben halt keinen bock mehr schon wieder aus der hydro kultur fahren dann verrecken schon wieder leute herrlich ich verstehe es einfach nicht sagt mir gibt mir einen entscheidenden grund dafür dass ihr jetzt alle euch verpisst also wenn sie mir sagen ich habe keinen bock mehr auf dich oder so dann würde ich es ja verstehen ich meine ok aber ok jetzt ist alles voll war salisierungs anfrage lol was da oben alter höhle was heißt das jetzt für uns äh für uns erwärme ich ja die sind basal ich verstehe es einfach nicht ich verstehe es einfach nicht weißt du es ist überall noch da überall sind sie noch da bis auf in den essens leuten in den essens sachen äh warte mal alas ich konnte auch hier so alas machen hier äh hier politik geteiltes leid research complete toll ist mein bester wissenschaftler gestorben nein ich habe halt jetzt eine 40k flotte aber bringt ja nichts aber richtig viele probleme im land und ich verstehe nicht warum ich meine sogar meinen sektoren geht es gut sogar richtig gut ich habe jetzt insgesamt eine 30,7k flotte schön weißt du nimmst du auf oder ja dauerhaft ja hinten kann man noch was nach der folge ist jetzt nicht so viel passiert ja echt so erst mal ähm Organisation einfach hier also immerhin habe ich keine Nachrichten mehr dass die von Hunger tot an Hunger tot sterben aber die kommt wieder vor allem weißt du die haben die planetare Hauptstadt verlassen das ist auch sehr klug wieso ich habe so viele inaktive Gebäude das ist nicht wahr Junge jetzt wird geforscht was das Zeug hält eskaliert grad richtig man alles 20 Monate jede forscht die stefan bist du noch da ja na gut mir hast du grad übergeleckt es flacke wait what da oben da oben muckt jemand rum anscheinend Junge aber die breiten sich schon noch bisschen aus mit von mir ja man forschungseinfallsreich endlich mal jemand hier 32% easy boah ne 38er Flotte da hat jemand ne 38er Flotte ne ne einfach nur 38 achso ne das war sogar 70 die stadt die Bergbaustation ist was gar nix so so dort äh forschungsschiff forschungsschiff lol da forschungsschiff wenn jetzt kaum noch Flotte bauen Digga keine Energie mehr hab ich hab zu wenig Minz fast construction 6 nur wobei ich die alle abgegradet hab loo loo bin ich dumm loo bin ich dumm hä warum kann ich den Konstruktionsschiff Konstruktionsschiff 31,9 lol erforschen ob es jetzt bad ist ah ah ich glaub ich sollte von paar Sektoren sollte ich wieder das Ding hochstellen oh oh jungs umschwung wieder trefferpunkte mehr trefferpunkte äh ich hab noch nicht mal ein Schild Köln ist stabil äh Schildkondensator fällt mir gerade auf also jetzt hab ich wieder 112 Minz okay das geht auf jeden Fall wieder es geht klar kann sich mir hier auch noch ein bisschen was geben obwohl ne das wirklich nicht hier haben nur zwei Planeten der Gabeloros Sektor welche ist denn der Gabeloros Sektor das ist der Gabeloros Sektor ist dauernd nicht da unten ist noch übel viel zu kolonisieren also hallo wo ist es zu kolonisieren? ne in meinem Reich in meinem Reich sind noch mindestens vier Planeten oder fünf Planeten oder so zum kolonisieren so lustig also pumpe ich jetzt erstmal ein paar kolonieschiffe nice ich glaub der zerpflückt uns hier das Reckon Star Imperium irgendwann einfach weil es kann wer jetzt kackt meine energy ab war das Reckon Star Imperium okay sie kommen wieder in meine Planeten rein das ist das schon mal besser das ist ganz knapp am Hungertod vorbei oh hier gibt's gut was zum Upgraden äh Grenzklinik hab ich hier noch nicht gebaut oder? aber ein Xenozoo könnte ich noch bauen ja das mach ich jetzt ne das mach ich nicht ich brauch hier ne Hydrokulturform hin Z-Physik-Forschung ne Grenzklinik hab ich schon auch gut nope 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 das auf dem Planeten wird gepumpt Constructing complete hey alle migrieren sie aber da ist es nicht so schlimm schon wieder Hungertod willst du mich verarschen? wir alle am sterben ja gut ich mein auf dem Planeten ist halt echt nicht so gut Junge Alter die sind alle erbärmlich nicht so gut auf dem Planeten ist es halt echt so das ist ne Wüstenwelt weißt du zu zweit sind wir halt richtig stark ne wait das ist ne aride Welt mit 75% Bewohnbarkeit willst du mich verarschen? warum seid ihr so unzufrieden? maximale Zufriedenheit 25% warum? gib mir nen Grund es steht nichts dran egal so ich hab zwei Kolonieschiffe einer für eins geht mal dahin eins geht dahin eins geht dahin research complete research complete das kolonieschiff hier fliegt alter werden sogar Planeten die ich kolonisieren könnte vor allem da hinten aber weißt was braucht es einfach nicht vor allem alte ich könnte hier ein Planet kolonisieren richtig nah an dem dran und nochmal plus fünf Jahre sollen wir ein bisschen beef machen können wir machen theoretisch was? weltraum spionage drohne ja das ist bei mir auch gott gekommen ich hab's weggeklickt research complete research complete wir könnten die Königin fangen alter ja wie? aber wo ist die Königin? warte mal das ist vielleicht extrem wichtig jemand anderes hat die verletzte gefangen im litz worden war kreatur wurde nicht völlig geheilt sondern auch in der verbindung zum reste sondern auch die verbindung zum reste der plage beraubt sie dient nun ihren herrn ihren neuen herren und dem bericht nachzuschließen was in welchem system was ist das für ein system hier weiß ich nicht äh weißt du was das ist nicht so geil hier äh litren system litren system auf karte verfolgen wo ist das da mitten mittendrin achso einfach hä lol das ist einfach kein system sondern die sonne an sich sozusagen äh colony established ja ich weiß dass das zu viele planeten sind jetzt äh da unten das ist der gabler sektor man hat sie aufhören na dein ernst verarschen verarschen geil die folge dauert ja eh schon ewig ja die dauert 32 minuten passt eigentlich für eine folge die folge war jetzt nicht soo interessant zum zugucken aber naja hungertod 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 die ganze zeit passt und dann schauen wir mal wie sie das hier äh im westen mit dem schwarm entwickelt und dann joo können wir das managen denke ich passt joo und dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat gebt ein like und tschau